Wir sind auf der MS-Trollfjord in der Suite Fantasy, Kabin Nummer 817, eine schöne, großzügige Suite. Großes, gemütliches Doppelbett, sehr schön hell und ein richtiges Wohnzimmer und natürlich auch ganz toll auf diesem Schiff, der Erker. Hier seid ihr immer vorausschauend. Und dann auch eine schöne Bar und großer Fernsehmonitor und hier auch noch ein Bildschirm im Wohnbereich und im Schlafbereich. Schöner Eingangsbereich hier mit Spiegel und natürlich auch das Badezimmer dann noch hier mit Badewanne sogar ausgestattet. Und von dem Wohnbereich über den Badbereich gibt es natürlich auch noch das Ankleidezimmer hier, den begehbaren Kleiderschrank mit ordentlich Platz für all eure Dinge und ein Safe ist dabei. Die Grand Suite auf der MS-Trollfjord Nummer 817 mit dem Namen Fantasy, Fantasie, habe ich gefilmt im Oktober 2022 und sie gehört zur Kategorie M.G. Martha Gustav. Die Grand Suite auf der MS-Trollfjord Nummer 817 mit dem Haus.